Da hinten ist wieder alles voller Qualm, denn es ist mal wieder irgendwo hier am Brennen, wie so oft hier im Norden. Ich glaube eigentlich jeden Tag brennt es irgendwo. Ich weiß gar nicht wo oder wie das ist, aber es scheint sehr nahe zu sein. Ja, bei uns ist jetzt schon fast Feierabend, 20 vor 4. Ich bin eigentlich auch soweit durch mit allem. Ich war heute den ganzen Tag alleine, ja fast eigentlich heute Mittag war ich alleine. Jan ist noch mit Gavin Rasen verlegen und das auch schon seit um 1 rum. Ja, ich habe hier im Haushalt ein paar Sachen erledigt und bin jetzt schon fertig und ja, erwarte jetzt eigentlich nur noch, dass Jan nach Hause kommt. Denn wirklich was zu tun habe ich auch nicht mehr und irgendwas zu suchen oder irgendwas anzufangen, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Also werde ich nichts machen und auf Jan warten. Ich hoffe er kommt jetzt auch in den nächsten 20 Minuten, denn eigentlich haben wir um 4 Feierabend. Und jeden Tag machen wir Überstunden und das interessiert hier keine Sau. Ja, also von daher, ich mache um 4 Feierabend. Voll das Feuer. Alles voller Rauch. Einziges Positive, dass die Sonne nicht so knallt, weil hier alles voller Rauch ist mal wieder. Da steht unser Auto. Auf der schön von Jan gemähten Wiese. Versteckt sich in den Palmen. Versteckt sich in den Palmen. Versteckt sich in den Palmen.